Aber da komm ich doch an. Nein. Haha. Zuck, Stromkabel. So, dann bin ich hier schon mal damit fertig. Lass den hoch einfach anspringen und... Flex. Shit. Hat natürlich nicht geklappt. Warum jetzt aber? Haha, hat sogar geklappt. Einfach reingesprungen, in den Luftschiff gedrückt und dann rangeklickt. Weißt du was? Ja? Du bist süchtig. Nein. Okay, Mann, erfüllt sich jetzt. Ach, wenn du wüsstest, wie das hier aussieht gerade. Ist das süchtig? Die noch beknackt aus, als eben du. Als du zuletzt da warst. Oh, schauen wir mal, was war die Bienen hier, Mann. Polizien aber gut, oder? Die Seite. Gucken, ob ich hier... ...einfach mal... ...so die Dinger auf hinschlecken kann. Eigentlich kann ich jetzt auch so machen, ähm... ...das Ding einmal abbauen. ...das... 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 ...kraften... ...muchst du mal, jetzt sind hier hinten Bienen? ...das... ...dann... ...hier schmier'n nur paar rum. ...dann mal nur Poohin... ...da... ...hier schmier's jetzt einfach mal... ...natürlich gleich so umgelenkt, dass der da rein macht. ...egal... ...und... ...die beiden dann... ...der hier... ...der hier... ...ach fuck... ...da rein... ...und da... ...und da... ...und da... ...und okay... ...oder... ...haben soweit alle... ...da hinter Mana Pool hängen. Gar, ich probier' einfach mal. So klappt. Brauchst du irgendwas, Biene? Oder auch nicht? Oh, ich bin draufgelandet. Cool. Ich glaub, das ist noch einen Tick zu weit weg. Zert. 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 Ich hab' ja nie so'n Teil. Bautsch. Zack. Ah, nee, das ist Zert. Zert. Hm. So. Dann kann ich mal sagen, dann setz' ich den mal... ...da ran. Zack. Voll. So. Okay, das ist zu meinem Deck. Ey, eine... ...eine fremde Blume war schon hier. Wow. Wow. Oh, da ist noch eine Blume gekommen. Wow. Ja. Mein Kraft einer Red Tulpe. Produziert hier jetzt hier, oder wat? Lol. Okay, will ich jetzt nicht wissen, wo die ist. Toll. Muss ich da jetzt eine Whitelist hinmachen, oder wie, oder wat? Sooo, sooo, sooo. Ah, gucken ob ich hier nur Whitelisten machen muss oder Blacklisten. Ach, ich hab keine Ahnung wie die Dinger hießen. Warte, nehmen wir mal den vorprogrammierten und den... Wo ist denn die Ahnung? Ne, das ist ein bisschen geradverwirrend mit diesen komischen Bienen hier. Das sind Bienen, die ich gar nicht kenne. Okay. Oder wie die funktionieren von... Was ist das Mod hier, dieser komische PAM... keine Ahnung Mod. PAM? PAM Servicecraft. Kennen die nicht den, wie der funktioniert. Hm. Weil, weil das du keine Ahnung hast. Hm. Was? Ich hab nie Ahnung. Ne? Sagst du jetzt? Benner. Ja. Das sag ich jetzt. Ich weiß, so ist dein Name. Benner. Warum ziehst du immer raus, du Fotzen? Fotzenknecht. Knecht. Aber die Dinger sind schnell. Die... Die alten Pipes. Okay. Sind sehr schnell mit den Sachen transportieren. Das find ich eigentlich schon ganz geil. Jetzt würde ich mich ja gleich interessieren, was mit den Bienen passiert hier. Okay. Der Pool wird auch gut gefühlt. Hehehehe. Hehehehe. 80%. Was ist das, wenn ich hier ne Blacklist einbaue? Haust du dann auch neuem ab? Ja, dann hau doch immer noch ab. Bastard. Bastard. Sag da einfach Bastard. Bastard. Ja, der nervt gerade ein bisschen. Er meint mich hier zu mobben hier, die Drecksau. Sicher auch, Mom. So. Mal gesagt. Was ist, wenn ich dir jetzt sage, nö? Wie du pumst die da immer noch raus? Mhm. Wurzeln mich facken. Verkarraschen. Verschdreh durch. Dann nehmen wir gar keine Kabel, tschüss. Hier. Du hast ja gar keine Kabel hier. Du machst das halt nicht automatisch. Dann heul doch. Ganz ehrlich. Stieg doch einfach. Ja. Hier. 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 Boah, ich stehe hier mit dem gerade rum und bin in der Kugel drin. Oh, jetzt sollte man wieder das essen. Kreative Band of Mana, okay, den kann irgendwie 2 Millionen Mana speichern, Mana produziert 1 Millionen Mana. Ja, das ist ein Kreative, ne? Okay, naja, die Mana-Produktion eigentlich Band of Flame, das sind jetzt die mit Kohle, die produzieren 40 Mana. Hallo. Oh, ich habe Magnet an, ich hoffe, ich habe nichts eingesammelt. Also, die Entropinium, also diese Intil-Pflanzen, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, produzieren die 6500 Mana. Das ist natürlich nett. Ja, produzieren ist schön, aber weiterleiten ist das bessere. Aber irgendwie, da ist es nicht so wirklich. Ja, das sind 6000 von vorne, das ist krass. Naja, das wollte ich nämlich gerade nochmal gucken. Da pumpt gar nichts mehr rein. Baue ich da auch ab. Das baue ich da ab und setze das oben hin, dann werden zweifel gepumpt. Ja, du hast gesehen, wie übertrieben das schon wieder ist? Ja, wie das da alles aufgestellt ist. Ja. 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 Ja, wir haben fast, einer, fast 9 Stacks. Mhm. So, machen wir fast schon wieder eine Stunde. Das ist gut. Vor ungefähr eine halbe Stunde zum Ende kommen, ja, ne? Krieg mal. Jetzt bin ich fit. Hä? Jetzt bin ich wieder fit. Du? Jetzt endest du langsam ein und ich bin jetzt richtig fit. Toll, ey. Ich penne ich wirklich so langsam ein. Ah. Achso, jetzt brennst du erst Glas. Danke, du Bastard. Aber ich komme hier in allem möglich nicht so mehr wirklich weiter. Ich müsste das mal alles abreißen und umbauen. Und das mache ich doch nicht in der Aufnahme. Ist doch egal. Übrigens, die Kisten kann ich auch so wegrunnen. Ich habe mir so einen Dolly gemacht. Hä? Ich habe mir Diamanten-Dolly gemacht. Diamanten-Dolly. Du kannst ja auch so einen Dolly Puppen machen, ne? Mhm. Das ist echt krass. Oh. Krasse Kacke. Äh. 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 Laaa. Bis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das weiß ich. Weil du gepisst bist. Angepischt. Bam! Ah, haben wir noch Iron-Iron-Nuggets. Schon wieder in Bahn, Alter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Das ist so. Oh. Schön ist ja jetzt so. Das ist so. Oh. Mhm. Das muss scheißen bisschen. Das muss scheißen. Ein bisschen. Ihhh. Ach. Fick dich. Ja, hast du doch gerade gesagt, nicht ich. Oh. Ich brauche noch Steel-Nuggets. Steel. Toll, dass wir keine Steel-Nuggets mehr haben. Aber ich brauche... Mana. Reader. Gänge. Da. Mal gucken. Da muss ich auch mal kurz rein schauen.